Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wieder komm. Und vor allem Konrad höher, lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schweider mit dir schier. Kommt sonst ganz geschwind daher und den Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Musik Musik Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort. Musik 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 Vielen Dank.